Was ist die Bezeichnung von Rot-Hirsch? Die Bezeichnung von Rot-Wild ist die Fachbezeichnung, die wir im jagdlichen und forstlichen Bereich haben. Man kann im Grunde beide Begriffe synonym verwenden, wobei wir aufpassen müssen, der Begriff Rot-Hirsch ist in der forstlichen und jagdlichen Fachsprache auch dafür reserviert für die männlichen Individuen, während die weiblichen Individuen in der Sprache der Jäger und Förster Tiere heißen, also Rottiere oder Schmaltiere beispielsweise. Soviel nochmal zur Terminologie, damit wir da nichts durcheinander bekommen. Und heute geht es jetzt weiter mit der Frage der Situation im Winter, mit der Frage der Ernährung während der nahrungsarmen Zeit. Und wir hatten uns beim letzten Mal ja anhand der Ergebnisse von Professor Arnold in Wien und anderer Kollegen sehr intensiv über die Frage unterhalten, was macht das Rot-Wild im Winter, um diese ungünstige Jahreszeit bei uns im gemäßigten Klima zu überdauern. Und wir sind auf die Reduktion des Stoffwechsels, auf die Reduktion der Herzfrequenz, die als Sinnbild letztendlich für eine Stoffwechselreduktion im Winter steht, für die das Tier aber eine Ruhrsituation haben muss. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, dass diese Ruhrsituation bei uns in Mitteleuropa heutzutage, vor allen Dingen durch den Menschen, also durch den Jäger, den Förster, aber eben auch den Waldbesucher, der einfach dort im Winter Wintersport betreibt, verhindert werden kann und dass das eben ein sehr großes Problem ist. Und wenn wir uns jetzt an diesem Punkt mal über die Zusammensetzung der Nahrung unterhalten und auch um die Frage, was passiert eigentlich mit der Nahrung, dann wird auch vielleicht ein bisschen deutlicher, warum bestimmte Nahrungsbestandteile für das Rotwild wichtig sind, im Winter andere weniger, warum manche zum Beispiel dazu dienen, im Sommer Energievorräte aufzubauen und manche eben dazu dienen, über den Winter letztendlich nur zu überleben. Das ist eine ganz allgemeine Geschichte, die gilt für die meisten Säugetiere. Wir haben es im Großen und Ganzen mit drei wesentlichen Nahrungsbestandteilen zu tun. Das ist das Eiweiß, das sind die Fette und das sind die Kohlenhydrate. Und die Kohlenhydrate, die setzen sich gerade bei den Wildwiederkäuerarten vor allen Dingen aus Fasern zusammen, denn wir hatten uns ja bei dem Thema Wiederkäuermagen und Wiederkäuerbiologie auch darüber unterhalten, dass die Wiederkäuer durch ihre Symbiose mit Pansenbakterien in der Lage sind, Zellulose zu nutzen, die wir Menschen zum Beispiel oder auch andere, die nicht Wiederkäuer, Wildspeine zum Beispiel auch nicht nutzen können. Das heißt, die Zellulosenutzung wird über die Nutzung von Holzfasern oder auch Fasern in Gräsern beispielsweise erfolgen. Interessant ist, der Energiegehalt ist von diesen drei Komponenten relativ unterschiedlich. Wir haben einmal das Eiweiß, welches, ich sag mal, einen mittleren Energiegehalt aufweist. Sie sehen es in der Tabelle. Das Fett, was einen relativ hohen Energiegehalt pro Gramm Fett aufweist und die Kohlenhydrate, die insgesamt einen relativ niedrigen Energiegehalt pro Gramm Kohlenhydratfaser aufweisen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vernachlässigen, dass für die Verdauung dieser Stoffe eben auch Energie aufgewendet werden muss. Das heißt, im Grunde kommt es darauf an, was ist letztendlich netto übrig geblieben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir das Eiweiß anschaue, dann heißt das zwar, es hat einen mittelmäßig hohen Energiegehalt, es wird aber extrem viel für die Eiweißverdauung verwendet. Das ist der Grund, warum man zum Beispiel auch solche Eiweißdiäten kennt, die letztendlich wirken, indem man seine Nahrungszufuhr kaum reduziert, aber dafür eben sehr einseitig Eiweiße zu sich nimmt und der Energiegehalt, der Energieverbrauch bei der Verdauung eben dazu führt, dass das nicht günstig oder sehr ungünstig genutzt wird. Beim Fett ist es im Grunde wiederum so, dass der relativ hohe Energiegehalt koordiniert ist mit einem mittleren Verbrauch für die Verdauung von Fetten und interessant ist eben bei den Kohlenhydraten, dort haben wir zwar einen relativ niedrigen Energiegehalt, aber auch gleichzeitig einen sehr niedrigen Verbrauch, die Verdauung, sodass eigentlich diese kohlenhydratreiche Nahrung gerade für die Überwinterung der Tiere bedeutsam ist. Das heißt also, hier sind es eben vor allem auch die Gräser bei den Mischäsertypen, wie beim Rotwild, die dann im Winter von Bedeutung sind. Gleichzeitig können natürlich die Wiederkäuhe auf die Art und Weise auch durchaus Rindenbestandteile und Ähnliches nutzen. Das gilt für den Rothirsch und für andere Echthirsche. Es gilt aber zum Beispiel in der Deutlichkeit nicht für andere Wiederkäuhearten wie das Reh. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Das Reh ist ja nur ein Konzentratselektierer, welches nochmal eine ganz andere Verdauungsphysiologie hat. Trotzdem gilt auch beim Reh im Winter diese Reduktion des Stoffwechsels und auch die Verschiebung hin von eben Eiweiß- und fetthaltiger Nahrung zu faserreicher Nahrung, wobei die Fasern dann längst nicht in dem Ausmaße und Umfang genutzt werden können, wie das bei den Mischäsern oder gar bei den Grasfressern der Fall ist. Um das Ganze nochmal so ein bisschen in die praktische Situation zu projizieren, wir hatten gesagt, Rothirsch hat eine sogenannte zirkadiane Aktivität. Das heißt, diese Tierart ist praktisch über den ganzen Tag, über die 24 Stunden des Tages aktiv, hat mehrere Aktivitätszyklen am Tag und diese Aktivitätszyklen sind gekennzeichnet durch abwechselnde Phasen von auf der einen Seite Nahrungsaufnahme, also Äsen. Die Tiere stehen typischerweise draußen auf Wiesen, nehmen dort Nahrung auf, dann ziehen sie sich praktisch in die Deckung zurück, dort wiederkeuen sie dann, schließen also mit ihrem Verdauungsapparat diese aufgenommene Nahrung auf. Dazu brauchen sie schon mal sehr viel Ruhe, um dann nochmal eine Phase des Dösens oder des Ruhens anzuschließen, die natürlich auch nochmal Ruhe erfordert. Also Wiederkeuen und Ruhen passiert dann im geschützten Bereich, in der Deckung und das Nahrungsaufnehmen, das Essen passiert normalerweise draußen auf der Wiese, auf den offenen Flächen und das ist im Grunde auch die Begründung dafür, dass wir natürlich bei der Bejagung von Rotwild ganz klar darauf achten müssen, dass die Tiere nicht auf den Flächen bejagt werden, auf denen sie Nahrung aufnehmen, weil dort dann durch diesen Störungsdruck, den Jagddruck zum Beispiel, die Tiere diese Flächen meiden und sie nehmen die Nahrung auch in der Deckung auf und die Deckung bedeutet im Wald zum Beispiel, dass sie die Nahrung in forstlich relevanten Flächen aufnehmen, dass sie verbeißen und schälen und genau das wollen wir vermeiden. Deshalb müssen wir Offenflächen, Wiesenflächen vor allen Dingen erstens schaffen und unterhalten und zweitens müssen wir diese Flächen dann auch so beruhigen, dass die Tiere dort keine Angst haben und ohne Angst und Stress ihre Nahrung aufnehmen können. Ein weiterer Punkt im Zusammenhang mit Störungen ist die Tatsache, dass die Störungen im Zivilisationsraum naturgemäß am Tage stattfinden oder in der Dämmerung am Tage, meistens durch Arbeiten im Wald, durch Waldbesucher und in der Dämmerung dann natürlich durch die Bejagung, aber zunehmend natürlich auch durch verschiedene Freizeitnutzungen der Wälder. Mittlerweile ist die Nutzung des Waldes ja auch nicht mehr auf die Stunden bei Tageslicht beschränkt, sondern unsere deutschen, zumindest Waldgesetze erlauben, eine relativ liberale Waldnutzung. A, auch jenseits von Wegen, also auch in den Dickungen laufen die Leute rum. Zu Zeiten, wo dann Pilze gesucht werden, ist das dann aber besonders krass im Herbst. Das heißt also, hier haben wir ein sehr starkes Störungspotenzial in den Tagesstunden und in der Dämmerung. Die Nacht ist bislang noch ein relativ gering gestörter Zeitraum, deshalb ziehen sich die Tiere zur Zeit immer noch sehr stark in die Nachtstunden zurück und entwickeln eine Nachtaktivität, die offenbar gar nicht so physiologisch ist. Das bedeutet natürlich auch, dass wir in Zukunft darauf achten müssen, dass wir eben nicht durch eine zunehmende Liberalisierung des Jagdrechts, wie wir es zur Zeit gerade beobachten können, zum Beispiel durch die Einführung von Nachtzieltechnik bei der Bejagung, diese Nachtstunden auch den Tieren noch nehmen, weil damit erstens natürlich ein massives Maß an Stress dann verbunden ist, also das Tierwohl ist dann auch nicht mehr gewährleistet und zum anderen haben wir das Problem, dass die Tiere auch nicht mehr biologisch richtig, physiologisch richtig ihre Nahrung aufnehmen können, was jetzt schon sehr stark eingeschränkt ist, was dann aber im Grunde völlig unmöglich gemacht würde. Da sind also für die Zukunft auch wirklich Probleme mit verbunden, die wir in irgendeiner Form lösen müssen. Ich habe hier mal eine Grafik. Dabei handelt es sich um die Auswertung der Protokolle eines großen staatlichen Forstbetriebes, wann Rotwild erlegt worden ist, zu welcher Tageszeit Rotwild erlegt worden ist. Und Sie sehen hier, um diese Grafik mal zu erklären, im oberen Teil des Bildes eine gelbe und rote Linie, das beinhaltet praktisch oder begrenzt die sogenannte bürgerliche Dämmerung. Das ist ein Zeitraum um den Sonnenuntergang abends und unten die dunkelgrüne und hellgrüne Linie begrenzen, die sogenannte bürgerliche Dämmerung in den Morgenstunden, also um den Sonnenaufgang herum. Das ist die Zeit, in der typischerweise auch die Jäger auf den Ansitz gehen. Das merkt man auch daran, dass im Grunde um diesen Zeitraum herum die meisten Erlegungen tatsächlich stattfinden. Interessant ist aber hier schon mal, dass mehr Erlegungen in den Abendstunden stattfinden, als in den Morgenstunden. Das heißt, unsere Jäger, zumindest in diesem Forstbetrieb, sind keine Frühaufsteher, sondern sind eher Abendmenschen, Abendmenschen, die dann möglicherweise auch als Freizeitjäger nach Feierabend gern nochmal auf den Ansitz gehen. Das beinhaltet ein relativ wichtiges Problem, nämlich die Frage auch, was lernen die Tiere aus der Form der Bejagung. Und wenn ich Tiere abends bejage, dann bedeutet das ja, sie sind praktisch auf dem Weg von ihren Ruheplätzen, von ihren Einständen in der Deckung, wo sie sich geschützt fühlen, in der Dämmerung hinaus, dann auf die Ersungsflächen, auf die Offenflächen, zum Beispiel auf Wiesen. Und sie lernen, wenn sie dann praktisch am Waldrand den Jäger riechen, wenn sie gestört werden am Waldrand durch die Bejagung, dann lernen sie, dass das Herauswechseln auf die Offenflächen für sie gefährlich ist. Wenn dann noch Tiere erlegt werden am Waldrand, dann ist dieser Lerneffekt natürlich besonders nachhaltig. Und die Tiere werden zunehmend später oder gar nicht mehr aus ihrer Deckung herauskommen. Dementsprechend hat Abendbejagung den Lerneffekt, bitte nicht auf die Wiesen rausgehen, es ist gefährlich. Das könnte natürlich auch für forstliche Themen interessant sein, weil wir dort natürlich dann sagen mussten, je länger die Tiere in den Dickungen stehen, desto mehr Verbiss und Schäle passiert da auch. Umgekehrt kann man zumindest annehmen, und es scheint auch die Praxis das zu belegen, dass wenn man morgens jagt, der Lerneffekt ein bisschen andersrum funktioniert. Die Tiere kommen im Grunde dann von den Offenflächen, von den Wiesen, ziehen in den Wald hinein. Und da lernen sie dann im Grunde das Gegenteil, dass der Wald eher gefährlich ist. Und dementsprechend wäre dieser Lerneffekt aus forstlicher Sicht zumindest deutlich günstiger. Denn das würde bedeuten, die Tiere nutzen eher die Zeit draußen auf den Offenflächen, bevor sie sich dann wieder zurück in die Einstände begeben. Was wir an dieser Grafik noch erkennen können, ist, dass sehr viel auch wirklich in den Nachtstunden, also jenseits der Dämmerung, gejagt wird, was in vielen Bundesländern zumindest teilweise am Rotwild auch verboten ist. In Sachsen ist das etwas liberaler, da ist zumindest Teil der Bejagung des Rotwildes in der Nacht möglich. Allerdings nicht aller Individuen. Was wir hier auf jeden Fall sehen, ist unabhängig davon, wo das Ganze stattgefunden hat, dass hier eindeutig sehr viel Rotwild in der Nacht erlegt wird, was aus biologischer, aus fachlicher Sicht absolut kontraproduktiv ist. Und was man unterlassen sollte, das heißt also alles, was sich praktisch oberhalb der gelben Linie, das ist das meiste, oder unterhalb der grünen Linie, das ist nicht so viel. Sie merken also auch hier wieder den Effekt des Jägers. Der Jäger geht lieber gerne abends raus und bleibt dann lange draußen. Er steht nicht irgendwann schon mitten in der Nacht im Dunkeln auf, um dann im Dunkeln schon Rotwild zu erlegen. Also das ist eher ein Problem des Abendansitzes, was sich dann sehr weit, je nach Stunden, hineinzieht. Oft eben auch verbunden dann, das werden wir uns im Wildtiermanagement nochmal anschauen, verbunden dann mit der Bejagung anderer Tierarten, wie zum Beispiel dem Schwarzwild. Also wir müssen hier auch sehen, wer Rotwildmanagement betreibt, wer Rotwildbejagung betreibt, muss auch darauf achten, dass er sein Rotwild zum Beispiel als Leitart sich definiert und dann seine Bejagungsstrategie und seine Bejagungsmethoden auf diese Tierart abstimmt und nicht sozusagen alles versucht über einen Kamm zu scheren. Ein weiterer Punkt, den wir hier auch noch erkennen können, sind die meistens durch Stöberjagden, also Bewegungsjagden, sogenannte Bewegungsjagden, um diesen Begriff mal zu verwenden, Drückstöberjagden, die finden dann meistens am Tage statt und das sind die kleinen Säulen an Punkten, die wir hier zu den Tagesstunden sehr schön erkennen können. Die bedeuten eigentlich, dass hier an diesem Tag, an einem und demselben Tag relativ viele Stücke Rotwild zur Strecke kamen. Das sind dann also Bewegungsjagden, die hier auch nochmal auf der Grafik besonders herausfallen. Was man auch sehen kann, ist, wenn man jetzt nochmal diese Nachtstunden reinschaut, dann sieht man eben immer die Mondphasen sehr günstig. Dort, wo Vollmond war, das kann man sehr schön synchronisieren, wird immer relativ viel erlegt und wo dann Neumondphasen sind, findet man eher weniger Erlegung in der Nacht. Das Fazit dieser Abbildung ist aber nochmal ganz klar. Ja, der Rothirsch ist eine Tierart, die einen zirkadianen Aktivitätsrhythmus hat, die eigentlich Tag und Nacht aktiv sein sollte. Wir Menschen haben es fertiggebracht, diese Tiere weitgehend auf die Nachtaktivität zu beschränken und wir müssen in Zukunft darauf achten, dass, wenn wir es schon nicht rückgängig machen können, zumindest nicht noch weiter zu verschärfen und zu forcieren, sondern dass wir hier sehr klug und weise unsere Instrumente, die wir einsetzen können, zum Beispiel technische Geräte zurückhaltend einsetzen. Kommen wir von der Frage der Überwinterung und auch der tageszeitlichen Aktivitäten und auch der Bewegungen der Tiere im Raum jetzt nochmal zu einer anderen Form der räumlichen Assoziation, der Frage der Landschaft, Großräumiger, also jetzt gedacht, der Zerschneidung von Landschaften und der genetischen Strukturen. Es ist vielleicht Ihnen schon bekannt, dass ein wichtiger Aspekt heutzutage des Artenschutzes auch der Erhalt von genetischer Vielfalt ist. Der Begriff der Biodiversität, der eineinhalb Jahre verwendet wird, beinhaltet ja im Grunde drei Ebenen von Diversität. Sie haben das mit Sicherheit schon irgendwo gehört oder gelesen. Die Diversität der Ökosysteme, Diversität der Arten und Diversität der genetischen Strukturen innerhalb der Arten. Und wir müssen im Grunde sagen, dass für die zukünftige evolutive Entwicklung der Tiere oder einer Art, vor allen Dingen die Diversität unterhalb der Artebene, der Diversität in den Populationen, die genetische Diversität, der entscheidende Aspekt ist. Die Artenzahl als solches ist, das kann man eigentlich auch sagen, nicht die entscheidende, weil es gibt artenarme Ökosysteme und es gibt artenreiche Ökosysteme. Und man kann nicht von vornherein sagen, dass ein artenreiches Ökosystem ja wertvoller ist als ein artenarmes Ökosystem. Das stimmt so nicht. Zum Beispiel sind arktische Ökosysteme oftmals deutlich artenärmer als zum Beispiel tropische Ökosysteme und trotzdem sind arktische Systeme deswegen keineswegs weniger wertvoll. Wenn wir uns zurück zum Rotwild bewegen, gibt es verschiedene Probleme mit der Erhaltung von Diversität, genetischer Diversität. Wir haben, das wissen wir auch alle, in der Landschaft sehr viele physische Barrieren. physische Barrieren sind Bauwerke, die die Tiere nicht überwinden können und das hängt natürlich sehr stark auf, wie groß ist ein Tier, ob es ein Bauwerk überwinden kann oder nicht. Ein Laufkäfer zum Beispiel, für den kann schon eine vierspurige Autobahn ohne weitere letztendlich Hemmungen wie Zäune eine Barriere darstellen. Ein Rothirsch, der würde eine normale Autobahn, das haben wir selber auch in den 1980er Jahren untersuchen können, eine Autobahn durchaus überwinden können. Das heißt, da wird keine massive genetische Beeinträchtigung stattfinden, sobald aber die Autobahn rechts und links gezäunt wird, also sogenannte Wildschutzzäune, dann haben wir dort eine Barriere, die wir dann auch durch entsprechende Querungshilfen wieder entschärfen müssen. Das ist aber ein Thema, das wir dann auch in dem Wildtiermanagement behandeln. Auch Barrieren sind beispielsweise Kombinationen von Straßen und anderen Verkehrswegen. Wir finden das in Ländern wie der Schweiz sehr häufig. Dort wird durch diese sehr starke Struktur der Landschaft, durch die Berge, eben sehr viel gebündelt in Verkehrswegen und dort können eben zum Beispiel auch eine vierspurige Autobahn mal neben einer vierspurigen Eisenbahnstrecke verlaufen und solche Bündelungen führen dann auch zu einem Barriereeffekt, auch ohne, dass wirklich Zäune da eine Rolle spielen. Die Querungshilfen, die gerade schon erwähnten, können also auch sehr verschieden aussehen. Wichtig ist, dass wir sie gerade beim Rothirsch an der richtigen Stelle installieren. Sie alle haben schon mal auf der Autobahn Wildbrücken gesehen. Solche Wildbrücken sind umso wirksamer, je mehr man sich im Vorfeld Gedanken macht, wo wir sie bei einem Neubau oder bei einer Nachrüstung der Autobahn bauen. Das sind Fragen, die dann aber auch, wie gesagt, eine Frage des Wildtiermanagement darstellen, die wir dort dann vertiefen werden. Fast noch wichtig oder mindestens genauso wichtig wie diese physischen Barrieren sind allerdings Barrieren durch den Menschen, die nicht räumlich in der Gegend sichtbar sind, sondern die letztendlich zum Beispiel durch Formen der Bejagung auch falsche Jagdgesetzgebung entstehen können. Ich habe Ihnen hier mal gezeigt, Sie kennen eine ältere Version der Karte schon aus der letzten Veranstaltung. Wir haben hier eine Karte der Deutschen Wildtierstiftung, die die Rotwildverbreitung in Deutschland und in angrenzenden Regionen zeigt. Und hier können wir sehr schön sehen, durch die lila Pfeile ist das mal so ein bisschen verdeutlicht, es gibt Räume in Deutschland, wo kein Rotwild vorkommt. Diese rotwildfreien Regionen, eines davon ist zum Beispiel, wenn wir hier in Sachsen mal umschauen, zwischen dem Erzgebirge beispielsweise, wo ein Rotwildvorkommen ist und dann der Leipziger Tieflandsbuch, den Räumen um Leipzig herum, der von Ihnen die Region kennt, der weiß, der Leipziger Süden ist sehr stark geprägt durch Bergbaufolgelandschaften, durch Braunkohlerestlöcher, die dann zu Freizeitregionen, aber eben auch durchaus zu einem interessanten Mix an Wäldern und Wasserlandschaften entwickelt worden sind. Und das wären natürlich ideale Rothirsch-Lebensräume. Allein der Rothirsch kommt dort nicht hin, er kommt von alleine dort nicht hin, weil er aus den nächsten Lebensräumen, die vom Rothirsch besiedelt sind, Sie sehen das in der Karte dann etwas östlich von Leipzig, z.B. im Wermsdorfer Wald, durch sehr große Agrarflächen wandern müssten. Das gleiche gilt für die Individuen, die aus dem Erzgebirge im Süden praktisch dorthin wandern könnten. Beide würden dorthin wandern, wenn man sie ließe und dieses Lassen heißt aber eben auch, man darf sie nicht in diesen Regionen, wo kein Rotwild bisher noch siedelt, intensiv bejagen. Und genau das ist das Problem. In Sachsen gibt es z.B. die Regelung, dass man in drei Jahren, soweit ich weiß, bis zu sechs Stück Rotwild erlegen darf, ohne dass dafür ein Abschlussplan gemacht wird, ohne dass es also irgendwo reglementiert ist. Und das ist natürlich absolut kontraproduktiv, wenn wir uns mit der Frage der genetischen Strukturen beschäftigen. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, können wir die Tiere auch veranlassen, neue Lebensräume zu besiedeln. Und genau das können sie eben aufgrund dieser Jagdpolitik und dieser entsprechenden Verordnung in Sachsen nicht. In Bayern ist das gleiche Problem oder noch ein verschärftes Problem. In Bayern ist sogar ein Ausrottungsgebot, muss man sagen. Baden-Württemberg, Bayern sind da wirklich im negativen Sinne die Spitzenreiter. Erstens sehr große, rotwildfreie Räume, wie Sie das in dem unteren Pfeil erkennen können. Im Grunde aus dem Alpenraum, ein Teil des Schwarzwaldes, ein Teil des Bayerischen Waldes, des Oberpfälzer Waldes und Frankens sind eigentlich in Bayern rotwildfrei. Und das Schlimmer daran ist, dass hier im Grunde auch ein Gesetz existiert und ein Verordnung existiert, dass diese Räume rotwildfrei zu halten sind. Also definitiv ein Ausrottungsgebot. Das ist ein extremer Anachronismus im 21. Jahrhundert, der aber offensichtlich politisch nach wie vor noch so gewollt ist dort. Wie kommt es überhaupt zu diesen rotwildfreien Räumen? Das ist eine ganz interessante Frage, die so ein bisschen in die Geschichte zurückgeht. 1848 gab es in Deutschland die sogenannte Bürgerliche Revolution. Zuvor gab es in Frankreich ja schon die Französische Revolution. Und beide geschichtlichen Ereignisse haben dazu geführt, dass Jagdrecht, also das Recht, Rothirsche, Rehe, Wildschweine zu bejagen, nicht mehr ein Adelsprivileg war oder ein Privileg des Landesherrn war, sondern dass dieses Jagdrecht an den Grundeigentümer gegangen ist. Dass also der Bauer, der wenige Hektar Land besessen hat, die Tiere auch auf seinem Land erlegen durfte. Und nun stellen Sie sich vor, ein Bauer hat zwei bis drei bis vier Hektar zu der Zeit gehabt. Das war schon ganz ordentlich. Ein großer Bauer hatte vielleicht zehn Hektar und hat dann plötzlich die Möglichkeit gehabt, die Tiere dort selbst zu jagen. Das hat dazu geführt, dass praktisch auf allen landwirtschaftlichen Flächen Deutschlands mittels 19. Jahrhunderts die großen Wildtierarten ausgerottet wurden. Das betrifft das Rotwild. Das hat über viele Jahre auch das Schwarzwild betroffen, auch Wildschweine. Man kann sich das heute kaum vorstellen, fehlten in großen Teilen der Landschaft. Selbst das Rehwild war so weit reduziert, dass es als seltene Art in vielen Regionen gegolten hat. Und diesen historischen Status, der auch durchaus Konsequenzen hatte für die Ausrottung der Großraubtiere. Auch hier gab es natürlich die beiden Komponenten. Beim Wolf, da kommen wir später nochmal drauf, direkte Verfolgung des Wolfes und auch fehlende Nahrungsbasis. Das fehlende Nahrungsbasis beim Wolf hat natürlich auch mit zusammen Aussterben beigetragen. Und das hat natürlich genau hiermit zu tun mit dieser Rechtslage. Im späten 19. Jahrhundert hat man das erkannt und hat dann auch Gesetze zum Schutz von Wildtieren gemacht, die dann im Thema Wildtiermanagement nochmal näher beleuchtet werden. Tatsache ist eben, wir haben beim Rothirsch heute große rotwildfreie Räume, die es eigentlich aus biologischer Sicht und eigentlich auch aus Artenschutzsicht nicht geben dürfte, die aber politisch gewollt sind und mit denen wir uns im Moment praktisch auseinandersetzen müssen und wo wir auch darauf hinarbeiten sollten, dass sich da in Zukunft aus Artenschutzsicht vielleicht was ändert. diese beiden genannten Faktoren, also die Bejagung, die falsche Bejagungspolitik und die Barrieren physikalischer Art, physischer Art haben dazu geführt, dass wir auch genetische Strukturen in unseren Rothirschbeständen, Populationen finden, die sich deutlich unterscheiden, was eigentlich nicht so sein sollte. Wenn wir mal dieses Beispiel aus Sachsen anschauen, da sehen wir zumindest, das ist ein Schlaglicht, das ist im Grunde ein Fallbeispiel zu einer bestimmten Zeit. Es kann mittlerweile schon wieder anders aussehen. Finden wir zum Beispiel hier eine Population, die heißt Taren der Wald und die sieht deutlich anders aus genetisch. Wir haben hier zwei Allele in einem Genort und hier ist das Allele B zum Beispiel deutlich häufiger als das Allele A, was uns zeigt, dass hier irgendwas stattgefunden hat, was vermutlich nicht mit Selektion und Evolution zu tun hat, sondern dass hier menschliche Eingriffe oder menschliche Konsequenzen menschlicher Eingriffe dazu geführt haben, dass dieses ein Zufallsprozess war, dass hier genetische Variationen sich verändert hat und so wie sie sich verändern kann, so könnte zum Beispiel auch in der einen Population das blaue Allele A, wenn es noch mal seltener wird, zurückgehen und ganz verschwinden oder in der Population Görlitz zum Beispiel, könnte das Allele B durch solche Prozesse ganz verschwinden. Und das ist etwas, was wir jetzt hier nicht vertiefen wollen, weil das ein Thema auch der sowohl der Wildtier-Management-Veranstaltung, aber eben auch der Veranstaltung Genetik im Masterstudium dann sein wird, die sich dann ausführlich mit solchen Fragen beschäftigt und auch mit Methoden beschäftigt, wie wir das Thema das Problem lösen können. Hier nochmal soweit zur Biologie des Rot-Wildes. Es gibt solche genetischen Veränderungen, die durch den Menschen meistens gemacht sind und denen man im Management letztendlich entgegenwirken muss. Trotzdem muss man aufpassen, auch das an dieser Stelle schon mal vorweggenommen. Hier ein Pfeil, der zeigt, die Region Mecklenburg-Neustrelitz zeigt in etwa den Verlauf der neuen A20 oder relativ neuen A20 Ostsee-Autobahn, die abgeht von der A11. Und hier hat man mal im Vorfeld schon untersucht, wie sehen denn die genetischen Strukturen des Rot-Wildes aus und hat festgestellt, dass schon vor dem Autobahnbau, also bevor diese Barriere letztendlich entstanden ist, sich genetische Strukturen unterschieden haben zwischen Teilpopulationen des Rot-Wildes. Hier hat sich also die nordöstlich dieser damals noch imaginären Strecke gelegenen Teilpopulation von der südwestlichen Teilpopulation, bevor die Autobahn überhaupt gebaut war, bevor sie überhaupt an Spatenstich gemacht worden ist. Schon genetisch unterschieden. Die Gründe hierfür können wir im Grunde nur darüber spekulieren. Auf jeden Fall war das nicht die Barriere und wir müssen eben aufpassen, wenn wir Untersuchungen interpretieren, wenn Sie mal Publikationen lesen, wissenschaftliche Arbeiten lesen, dann muss Ihnen noch klar sein, wie sind Sie zustande gekommen? Und Sie müssen zum Beispiel hier fragen, hat man denn den Status vor einem Autobahnbau, vor einem Eisenbahnbau, vor einer anderen Baumaßnahme, die Isolation bewirken kann, tatsächlich geprüft? Oder hat man erst den Nachherzustand angeschaut? Und wenn wir im Nachhinein diesen Zustand gefunden hätten, hätte man natürlich sehr schnell Fehler interpretieren können und gesagt, gut, das ist ausschließlich durch die Zerschneidungseffekte entstanden, was ja hier definitiv nicht der Fall sein kann. Nebenbei bemerkt, Zerschneidungseffekte durch Flüsse ist immer wieder mal ein Thema. Das wird beim Rotwild immer wieder diskutiert, aber es gibt eigentlich ganz klare Ergebnisse, auch schon aus den 1980er Jahren, dass Flüsse, zumindest solange sie wirklich natürliche Flüsse sind und keine Kanäle sind mit entsprechenden Spundwänden, die durch Tiere dann auch nicht mehr passiert werden können, natürliche Flüsse, selbst der Rhein, bilden für Rotwild keine Barriere. Das heißt, wir haben seinerzeit sehr intensive Untersuchungen gemacht von Rotwild diesseits und jenseits des Rheins und fanden dort keine genetischen Unterschiede. Das heißt also, Flüsse scheinen keine Barrieren darzustellen. Kanäle können das allerdings sehr wohl, weil hier tatsächlich, wenn wir nicht genügend Ausstiegshilfen haben, die Tiere oft, wenn sie in den Kanal reingeraten, nicht mehr rauskommen. Das ist aber ein anderes Thema. Ja, das sollte es soviel erstmal zum Rotwild gewesen sein. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Tierart, Hirschart, Echthirschart, dem Sika-Hirsch, der Sika-Hirsch Cervus nippon oder auch, wir werden das gleich nochmal erläutern, eventuell auch Cervus nippon, ist eine Hirschart, die in Mitteleuropa ein Neozon darstellt. Neozonen sind Tiere, die in einer Region nicht heimisch sind, die dort also nicht ihre jahrtausendealte Evolution durchgemacht haben, sondern die dort durch den Menschen hin verfrachtet worden sind. Sie werden diesen Begriff sicherlich im Naturschutz auch noch öfter hören und auch bei uns im Wildtiermanagement nochmal hören. Der Sika-Hirsch stammt aus Ostasien, Südostasien. Es gibt dort auch wieder sehr viele verschiedene Unterarten. Es gibt also den japanischen Sika auf dem japanischen Archipel. Es gibt zum Beispiel den sogenannten manchurischen Sika oder Dubowski-Hirsch, der praktisch im Bereich des Usuri, an der chinesisch-russischen Grenze etwa, vorkommt. Also eine große Vielfalt an Lebensräumen, entsprechend eine große Vielfalt auch an morphologischen Formen. Und man hat Sika-Wild im Grunde seit Mitte des 19. Jahrhunderts, kann man sagen, in Europa eingeführt. Ganz zu Anfang war das vor allen Dingen ein britisches Phänomen. Hat natürlich wieder historische Gründe. Das britische Empire war damals sozusagen in voller Blüte, in Anführungsstrichen. Es hatte seine weiteste Ausdehnung. Es wurde sehr viele Tiere aus Teilen dieses großen britischen Weltreiches auf die britischen Inseln geholt und dort auch angesiedelt. Deshalb finden wir auch heute noch auf den britischen Inseln eine relativ große Vielfalt an Neozonen-Arten. Später dann hat man Sika-Wild in Parks gerne gehalten. Man hat es in Dänemark, in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Tschechien in Gehegen gehalten und die Tiere sind dann aus diesen Gehegen entweder mal ausgebrochen gewesen oder man hat diese Gehege irgendwann nicht mehr gepflegt und sie wurden irgendwann undicht und die Tiere sind dann in die freien Wildbahn entkommen. Das Interessante an dem Thema ist eigentlich, dass Rotwild und Sika-Wild hybride bilden, also dass sich letztendlich diese beiden Arten oder auch Unterarten, je nachdem wie man sie einordnen mag, miteinander kreuzen und auch fruchtbare Nachkommen haben. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil wir durchaus zythologische Befunde haben, die das jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick nahe legen würden. Wir haben mit dieser Hybridisierung auch das Phänomen erreicht, dass zum Beispiel Irland zu über 90 Prozent von Hybriden besiedelt ist, dass also hier kaum noch reine Formen des Rothirschs oder Sika-Hirschs existieren, mit wenigen Ausnahmen im Südwesten Irlands. Da gibt es einen großen Nationalpark, wo auch noch Rothirsche in relativ typischer morphologischer Form jedenfalls vorkommen. Ob die Hybridanteile haben, wissen wir nicht. Und im großen Teil der Insel ist ansonsten eine einzige Hybridpopulation vorhanden. Während in den deutschen Sika-Wildvorkommen Hybridisation bislang ja noch nicht sicher nachgewiesen ist, kann man sagen. Also es gibt schon sehr gute Indizien dafür, dass hier auch Hybridbildungen stattgefunden haben. Allerdings mit zythologischen Methoden, die eigentlich den Beweis liefern würden, wurde das bisher noch nicht gefunden. Hat aber auch damit zu tun, dass man dort praktisch keine Untersuchungen gemacht hat oder machen wollte. Sika-Wild ist eine Eureöke-Art. Das ist eigentlich insofern naheliegend, wenn wir uns klar werden, dass in Südostasien selbst von fast subtropischen Regionen bis hin zu fast arktischen Regionen dieser Sika-Hirsch vorkommt. Er ist eben an sehr unterschiedliche Lebensräume auch angepasst und anpassungsfähig. Kann dementsprechend auch durchaus sehr gut an kalte Witterung sich anpassen. Ist also eine sehr plastische Art. Hier sehen Sie auf dem Bild mal weibliche Individuen. Sie sind etwas kleiner als der Rothirsch. Sie sind insgesamt etwas dunkler gefärbt und sie haben oft, das kann man hier auf dem Bild ganz schwach erkennen, eine Punktung des Fells. Diese Punkte kann man oder werden gelegentlich als ein atavistisches oder archaisches Merkmal interpretiert, weil man davon ausgeht, dass evolutionsbiologisch sehr alte Hirscharten häufiger diese Punktung haben als jüngere Hirscharten. Und der Sika-Hirsch offenbar, zumindest evolutionsbiologisch, etwas älter sein könnte, als der Rothirsch es ist. Aber das ist eben auch eine Hypothese, über die man diskutieren kann und muss. Zum Fortpflanzungsverhalten, das ist ja vielleicht das Interessanteste bei dieser Tierart, die übrigens in Deutschland ja in nur wenigen Teilpopulationen oder Populationen vorkommt. Wir haben im Arnsberger Wald Sika-Wild, wir haben in Schleswig-Holstein ein Vorkommen, wir haben am Oberrhein ein Vorkommen und wir haben im Moment, das ist vielleicht das Interessanteste, zusehends eine Introgression aus dem Bereich Böhmens, also im Bayerischen Wald, im Oberpfälzer Wald, in Oberfranken, haben wir zunehmend Sika-Wild beobachtet, welches vermutlich aus einem Vorkommen in Tschechien im Raum Karlsbad dorthin sich bewegt. Dieses Karlsbader Vorkommen umfasst, ja man sagt fast 10.000 Individuen der Zeit und die haben natürlich auch einen gewissen Verbreitungsdruck und die breiten sich sicherlich auch vorzugsweise nach Westen, wegen der Hauptwindrichtung West oder Nordwest aus, wobei auch durchaus in Sachsen schon im Bereich des Erzgebirges Sika-Wild aufgetaucht ist. Also hier gibt es offenbar auch eine sehr deutliche Verbreitungstendenz. Die Fortpflanzungszeit, die Brunft ist später als beim Rothirsch. Rothirsch hatten wir gesagt September, Oktober. Beim Sika-Hirsch können wir sagen Oktober, November. Die Brunftlaute sind anders als beim Rothirsch. Das Sika-Wild hat einen pfeifenden Brunftlaut. Trotzdem scheint es, und wann das passiert, werden wir uns gleich nochmal ein bisschen Gedanken zu machen müssen, scheint es gelegentlich dazu zu kommen, dass sich eben auch Rotwild und Sika-Wild in freier Wildbahn verpaaren. Dass also dieser unterschiedliche Brunftverhalten keine Rolle spielt, um auch Hybride letztendlich zu bilden. Die Kälber werden im Mai oder Juni gesetzt und die Hybridbildung bedeutet oder die Hybridbildung wird wahrscheinlich dann immer vermehrt auftreten, zumindest geht man davon aus, wenn die ein oder die andere Subspezies, und wir müssen eigentlich hier von Unterarten reden, deshalb können wir eben auch hier von Servus Elafus Nippon eigentlich sprechen, weil es eben Angehörige an derselben biologischen Art sind. Diese Hybride werden sich dann einstellen, wenn die ein oder die andere Subspezies in Populationsstrukturen vorkommt, die suboptimal sind, wenn also zum Beispiel sehr wenige Individuen existieren, wenn die Sexualstrukturen, also das Geschlechterverhältnis unausgewogen ist, wenn die Altersstrukturen unausgewogen sind, dann, so vermuten wir, werden auch Hybridbildungen häufiger stattfinden, während sie dann seltener sind, solange die Tiere in ihren einzelnen Subspezies auch in intakten Sozialstrukturen leben, also in entsprechender Populationsdichte, in entsprechendem Geschlechterverhältnis, in entsprechenden Altersaufbau. Ja, wie kommt das biologisch zustande, oder vor allen Dingen auch, warum kann das biologisch zustande kommen, obwohl Sika-Wild und Rotwild, so viel ist ja erstmal vorausgeschickt hier, unterschiedliche Chromosomenzahlen haben. Wir haben beim Sika-Hirsch insgesamt 64 Chromosomen und wir haben beim Rot-Hirsch 68 Chromosomen. Beides ist eigentlich nicht kompatibel, wenn Sie sich mal an die Kenntnisse aus der Biologie erinnern, was letztendlich bei der Maiose passiert, da fragt man sich, wie kann das denn funktionieren und der Schlüssel für dieses Phänomen der Hybridisation trotz unterschiedlicher Chromosomenzahlen liegt in den sogenannten Robertsonschen Translokationen. Diese Robertsonschen Translokationen sind dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Chromosomen, wir haben hier mal im Bild ein Beispiel, da haben wir das Chromosomenpaar 1 und das Chromosomenpaar 2 und das Chromosomenpaar 3 und das Chromosomenpaar 4, die sind beim Rot-Hirsch, Sie sehen hier symbolisch immer nur ein Chromosom für so ein Paar jetzt dargestellt, die sind beim Rot-Hirsch also vorhanden und sind auch einzelne unabhängige Chromosomenpaare, während sie beim Sika-Hirsch in Form sogenannter Robertsonschen Translokationen vorliegen. Robertsonschen Translokationen stellen also eine Art Verklebungen einzelner Chromosomenpaare im Bereich ihres Zentromeas dar und diese Verklebungen sind recht stabil, das heißt wir haben beim Sika eben immer das Paar 1 und 2 aufeinander transloziert und wir haben auch immer das Paar 3 und 4 beim reinen Sika-Wild, wie es in Japan vorkommt, aufeinander transloziert, was dazu führt, dass eben insgesamt, wenn man das Ganze mal 2 nimmt, 2N, beim Sika-Wild insgesamt 4 Chromosomen weniger vorkommen, die aber jetzt als Substanz nicht fehlen, sondern sie praktisch in der Substanz da sind, aber nur aneinandergeklebt vorhanden sind. Das sehen Sie jetzt hier in dieser Abbildung schön, Paar 1 und 2 beim Rot-Hirsch unabhängig voneinander, die Chromosomen beim Sika transloziert und bei 3 und 4 ist dasselbe der Fall. Das heißt also hier haben wir eine Situation, die sich in der Mariose völlig komplikationsfrei verhalten kann, auch wenn die beiden Arten oder Subspezies-Unterarten sich hybridisieren und wir finden dann in der F1-Generation bei der Hybridbildung immer eine Chromosomenzahl von 66. Umgekehrt gilt das jetzt nicht unbedingt, also 66 Chromosomen heißt nicht immer, es ist eine F1-Generation, aber 66 Chromosomen kann die F1-Generation nur haben, wenn sich aus der väterlichen und mütterlichen Chromosomensatz aus 68 beim Rot-Hirsch, 64 beim Sika-Hirsch, diese 66 dann in der F1 ergeben, während die F2, und das ist das Interessante, und die späteren Generationen dann natürlich alle Chromosomenzahlen zwischen 64 und 68 aufweisen können. Wir sehen das mal am Beispiel dieser Paare 1, 2 und 3, 4 hier dargestellt, und diese unterschiedlichen Chromosomenzahlen wären auch letztendlich der Beweis für eine Hybridbildung. Also wenn Sie in einer Population Chromosomenzahlen von 65, 66 oder 67 in einer Population von Rotwild oder von Sika-Wild solche Chromosomenzahlen jenseits der 64 und 68 finden, dann ist das ein ziemlich klarer Beweis dafür, dass die Hybridbildung stattgefunden hat. Interessant ist auch, dass man oftmals bei verschiedensten, auch vermeintlich seltenen, südostasiatischen Hirscharten, wenn man aber die Chromosomensätze sich anschaut, ungerade Chromosomenzahlen findet. Unsere eigenen Untersuchungen haben das auch schon mal belegt aus zoologischen Gärten. Das heißt also auch vieles, was in Zoos als sehr seltene Hirscharten zum Teil vorhanden ist, ist in Wirklichkeit offenbar irgendwann mal hybridisiert. Und man kann das so erklären, dass gerade Südostasien sehr viele verschiedene Hirscharten beherbergt und dass Südostasien gleichzeitig offenbar auch so eine Art evolutiver Hotspot ist. Das heißt also, hier scheint sich diese Gattung Zervus in der Evolution herzuentwickeln. Und hier scheint auch so ein Ursprungsort dieser Echthirsche letztendlich zu sein. Deshalb ist gerade Südostasien auch für diese Hybridbildung und auch für die vielen Arten, die wir dort haben, sehr charakteristisch oder sehr typisch auch. Wenn wir jetzt mal mit einfacheren Methoden als der Zytogenetik, die von der Technik ja sehr aufwendig ist, Populationen untersuchen wollen, dann kann man das mit anderen genetischen Methoden machen. Hier ist zum Beispiel mal die biochemisch-genetischen Methoden genannt. Wir haben verschiedene Genorte, hier zwei Stück zum Beispiel SOD, Superoxydismutase und 6-PGD, 6-Phosphoglykonat-Dehydrogenase. Diese beiden Genorte wurden daraufhin untersucht, welche Allelbesetzungen sie haben. Die Allele sind A und B jeweils und Sie sehen in diesen Farben hellgrün, grau und schwarz hier die unterschiedlichen kombinierten Genotypen aus diesen Allelen. Und Sie können hier sehr schön sehen, für den SOD-Genort, wenn wir mal in Deutschland bleiben, das Sika-Wild im Möhnesee-Bereich hat offenbar einen sehr hohen Anteil dieses Genotyps, klein a, klein a, während Sika-Wild, morphologisch Sika-Wild im Möhnesee-Bereich einen sehr geringen Anteil des Alleles klein b, klein b hat. Während das Rotwild in Gesamtdeutschland, da sieht es genau andersrum aus, noch deutlicher eigentlich. Wir sehen hier einen sehr hohen Anteil des Alleles b, b und wir sehen einen ganz niedrigen Anteil des Alleles klein a, oder des Genotyps klein a, klein a. Und jetzt haben wir mal gesagt, jetzt lass uns mal die Sika-Hirsche in Irland anschauen, also die im Grunde eine Hybrid-Population darstellen, wo wir wissen, es sind Hybriden zwischen Rot- und Sika-Wild. Da finden wir jetzt eine ähnliche Situation wie beim Sika-Wild am Möhnesee, ein bisschen Richtung diesem kleinen b, klein b, also nennen wir ihn mal Rot-Hirsch-Typ, verschoben. Und das ist eben schon ein deutliches Indiz dafür, wenn auch kein Beweis, aber ein deutliches Indiz, dass auch hier Hybrid-Bildungen im Vorfeld, vielleicht sogar schon bei den Tieren, die dort angesiedelt worden sind, stattgefunden haben. Und wenn wir jetzt mal das Rotwild im Möhnesee anschauen, das ist eigentlich die hauptsächlich interessante Beobachtung, die wir hier gemacht haben. Also der andere, ich finde es wirklich spannend, das Rotwild zeigt einen sehr hohen Anteil des Alleles, klein a, klein a, sogar den höchsten Anteil gegenüber dem kleinen b, klein b. Das heißt, hier sieht das tatsächlich so aus, als ob hier eben auch in dieses Rotwild, und wir müssen dazu sagen, dass im Bereich des Möhnesees sehr wenig Rotwild zu diesem Zeitpunkt damals dort existiert hat, während sehr viel Sika-Wild existiert hat. Also hier würde sich die Hypothese bestätigt sehen oder gefestigt sehen, dass man sagt, das Rotwild ist hier offenbar in einer populationsbiologisch schwierigen Situation. Es hat ungünstige Populationsstrukturen und hier scheint also eine Hybrid-Bildung dann auch offenbar stattzufinden. Da es eben nur ein Indiz ist, kann man einen weiteren Genort dazu nehmen. Nehmen wir mal den Genort 6-PGD, also 6-Phospholokonat Dehydrogenase, nur als Marker, hat keine andere Bedeutung. Hier sehen wir ganz ähnlich, sogar noch ein ausgeprägteres Bild. Wir sehen hier beim Sika-Wild am Möhnesee das Allel 6-PGD-B in doppelter, also homozygoter Form sehr, sehr häufig, während die anderen Allele in homozygoter oder heterozygoter Form eben sehr selten sind. Beim Rotwild ist es jetzt nun sehr deutlich in Deutschland, da haben wir wirklich nur das Allel A, das ist also das Rotwild in Deutschland außerhalb der Möhnesee-Region, ist fixiert auf das Allel A. Wir haben nur homozygote Genotypen und die Rothirsche am Möhnesee zeigen jetzt hier ganz deutlich eine Zwischenform mit einem hohen Anteil des Allels B, also dem Genotyp BB, welches eben auch auf eine Hybridbildung schließen lässt. Wenn wir diese beiden Genorte uns zusammen betrachten, wird die Sache schon deutlich wasserdichter. Wie gesagt, den letzten Beweis würde eine Chromosomenuntersuchung eigentlich liefern. Also hier scheint sich offenbar paarungsmäßig einiges zu tun und das begründen wir derzeit mit der Hypothese, dass hier tatsächlich lange Zeit sehr viel Sika-Wild vorhanden war und sehr wenig Rotwild und das Rotwild in einer Art sexuellen Notstand sich mit dem Sika-Wild auch verpaart hat. Das Ganze kann man dann auch nochmal grafisch sehr schön darstellen, sogenannte Cluster-Analyse. Der ein oder andere von Ihnen mag sowas schon mal gesehen haben. Das sind Rechenalgorithmen, wo man einfach Ähnlichkeiten miteinander ausrechnet. Diese Ähnlichkeiten können im Grunde auf verschiedener Basis berechnet werden. In dem Fall haben wir sie aufgrund dieser genetischen Strukturen, dieser Allelstrukturen berechnet. Und wir sehen hier in dieser Cluster-Analyse, wenn wir mal drei Genorte zusammenfassen, dann clustert eigentlich Sika-Wild am Möhnesee und Rotwild am Möhnesee sehr nah beieinander und es ist sehr weit, das sieht man über diesen Weg hier hinten, sehr weit von den restlichen deutschen Rotwild-Vorkommen entfernt. Interessanterweise ist am nächsten dran geclustert das Vorkommen der Egge und das Eggegebirge ist eben auch in Nordrhein-Westfalen und sehr nah an dieser Möhnesee-Region dran. Das heißt also hier würde die Hypothese noch durch bestätigt. Das gleiche gilt, wenn wir den SOD-Genort nehmen. Hier hatten wir auch von den Wicklauer Sikas oder Sika-hybriden Proben nehmen können. Hier zeigt sich das gleiche Bild wieder, dass sich auch hier Sika-Wild vom Möhnesee, Hybriden aus Irland und Rotwild vom Möhnesee sehr eng beieinander clustert. Und auch hier ist das Eggegebirge wieder sehr nah dran, allerdings schon deutlich abgesetzt von dieser Dreiergruppe hier. Also auch hier können wir sehr schön sagen, hier gibt es sehr gute Hinweise auf Hybridbildung, die, und das muss man auch dazu sagen, also offenbar aber kaum oder keine ökologischen Implikationen oder Konsequenzen hat. Wir haben hier im Grunde nur mit ganz morphologischen Phänomenen zu tun. Ökologisch gesehen verhält sich der Sika-Wild ähnlich dem Rotwild. Aus forstlicher Sicht ist es sogar eher als weniger problematisch angesehen. Also wir haben hier im Grunde kein Problem auch der Invasivität. Heute wird ja sehr leicht auch die Frage immer aufgeworfen, sind Neozon-Arten, das Sika ist ein Neozon, invasiv. Hier kann man ganz klar sagen, das Sika ist nicht invasiv, weil es das Rotwild eben nicht gefährdet. Und wenn es sich wirklich um eine Art handelt, dann ist eine solche Vermischung auch nicht wirklich problematisch, wenn man mal das Ganze im Naturschutz etwas entspannter sieht und jenseits von der Hypothese sieht, dass die lokale Form immer nur die bessere ist, sondern dass sich eben auch für die Evolution unter anthropogenen Umweltbedingungen oftmals eine solche Mischung als die geeignetere erweisen kann. Das Beispiel Irland hat das ja gezeigt, hier scheint ja offenbar dieser Hybridform deutlich besser an die deutlichen Umweltsituationen angepasst zu sein, als dies das reine Rotwild war. Jetzt zu einer dritten Echthierschart in Deutschland. Die dritte Echthierschart, die wir uns kurz zu Gemüte führen müssen, ist das Dammwild. Das Dammwild ist kein Neozon, das muss man ganz klar sagen. Es wird oft fälschlicherweise auch als Neozon bezeichnet. Neozonen sind, da kommen wir auch im fünften Semester im Wildtiermanagement nochmal drauf genauer zu sprechen, sind definiert als Tiere, die, ich sag's mal ganz salopp, nach Christoph Kolumbus bei uns von Menschen angesiedelt wurden. Das Dammwild ist allerdings schon deutlich länger bei uns heimisch. Heimisch, es war schon vor der letzten Eiszeit wohl heimisch gewesen, ist dann durch die eiszeitlichen Kältephasen verdrängt worden, hat Refugien im Mittelmeerraum gefunden und vor allem im östlichen Mittelmeerraum im Bereich des nördlichen Griechenlandes und ist dann durch die Römer im Wesentlichen wieder, also vor rund 2.000 Jahren, 1.500 Jahren, bei uns in Mitteleuropa zurückgeführt worden. Warum die Römer diese Tiere mitgebracht haben, entzieht sich heute so ein bisschen unserer Kenntnis. Es gibt im Grunde zwei Hypothesen. Die eine sagt, sie haben wahrscheinlich die Tiere gegessen und sie wissen wahrscheinlich vor zweieinhalb oder knapp 2.000 Jahren saßen römische Besatzungstruppen hier in Mitteleuropa und die mussten natürlich irgendwo auch verpflegt werden. Möglicherweise war das ein Grund. Das Gegenargument ist, warum sie keine Rinder oder Schafe genommen, die vielleicht deutlich einfacher zu handeln gewesen wären. Ein zweiter möglicher Grund wäre, dass diese Tiere als Opfergaben genutzt wurden. Sie wissen, bei den Römern gab es durchaus umfangreiche Opferrituale, auch mit Tieropfern. Und es könnte sein, dass da der Militärgeistliche durchaus dieses Dammwild auch als Opfertier verwendet hat. Wie es auch immer sei, Tatsache ist, wir haben diese Tiere jetzt seit über 1500 Jahren bei uns in Mitteleuropa wieder zunächst mal in Gehegen gehalten. Auch sie waren selten und alles was selten war, hat man natürlich früher entlang der Schlösser und der Tiergärten des Adels auch immer gerne gehalten. Nicht nur zu jagdlichen Zwecken, auch einfach zum Anschauen. Denken Sie an Situationen wie Schloss Moritzburg, wo es ja riesengroße Anlagen gab, die nur dazu dienten, eben Tiere zu halten, Fasanerien beispielsweise. Natürlich dann später auch durchaus zu jagen oder zu dem, was man damals als Jagen bezeichnet hat. Auch das ist ein Thema für sich. Die Jagd in der Feudalzeit hat mit der heutigen Jagd nicht so viel zu tun. Interessant ist auch, dass wir noch im Bereich des Nahen und Mittleren Ostens eine weitere Unterart des Dammwildes haben. Das ist der mesopotamische Dammhirsch. Der ist in der Vergangenheit sehr selten geworden. Er hat, wie der Name schon sagt, im heutigen Irak eigentlich einen Verbreitungsschwerpunkt, aber auch in der heutigen Türkei kommt er vor oder kam er vor. Wie die Situation in freier Wildbahn im Moment ist, ist ganz schwer zu sagen. Diese Art ist auf jeden Fall selten und vom Aussterben bedroht. Sie wird allerdings in einem zoologischen Garten im Opelzoo in Gromberg im Taunus heute gehalten und auch vermehrt, sodass wir auf jeden Fall die Art als solches nicht verlieren werden. Wobei die Situation in freier Wildbahn, gerade auch aufgrund der zahlreichen Konflikte, die wir gerade im Nahen Osten haben, denken Sie an die Situation an der türkisch-syrischen Grenze, völlig unklar ist, wie viele Tiere dort im Moment noch existieren in freier Wildbahn. Die Biotopeansprüche des Damwildes sind noch mehr offenlandgeprägt als vom Rothirsch eigentlich. Das heißt also, der Rothirsch ist ja schon eine sehr offenlandlastige Art, viel mehr als ihm eigentlich zugestanden wird. Damwild zieht sich noch eher in die offenen Landschaften, liebt eigentlich sogenannte Parklandschaften. Und das sind natürlich die Landschaften, die auch in der Vergangenheit, gerade vor mehreren Jahrhunderten, in Mitteleuropa gar nicht so selten waren. Denken Sie an die Bilder von Caspar David Friedrich. Diese wirklich baumarmen Landschaften, die in der Romantik von den Malern so geschätzt waren, das sind eigentlich Landschaften, die ja aus einer Waldverwüstung stammen, die eigentlich ehemals geschlossene Wälder waren, die dann die Übernutzung dieser Wälder erfahren haben und dann zu diesen pittoresken und für uns Menschen eigentlich sehr angenehm aussehenden Landschaften geworden sind. Das sind auch Landschaften, in denen der Damwild durchaus einen guten Lebensraum findet. Also keine so deutliche Art oder überhaupt keine Waldart, noch weniger als das Rotwild, auch nicht so anpassungsfähig an Wälder. Wenn sie in Wäldern vorkommt, diese Art dann in wärmeren Gegenden und möglichst mit höherem Laubwaldanteil. Zurzeit haben wir gerade in Brandenburg und in Mecklenburg eine deutliche Vermehrung des Damwildes. Die Nahrungssituation ist ähnlich wie beim Rotwild. Es ist ein Mischäser, allerdings ein bisschen mehr Tendenz zum Konzentratselektierer, wenn man das mal so sagen kann, als das Rotwild. Das heißt also der Faseranteil in der Gesamtnahrung ist etwas geringer als beim Rotwild. Wobei es eben nach wie vor ein Mischäser bleibt. Auch die Sozialstrukturen sind im Grunde denen des Rotwildes völlig vergleichbar. Die Rudel von Damwild, die zum Teil sehr große Rudel bilden können, sind aus diesen Grundeinheiten Gynopädium zusammengesetzt. Also Alttier, Kalb des Alttieres aus dem laufenden Jahr und Schmaltier, also Kalb des Alttieres aus dem Jahr vor dem laufenden Jahr. Diese Minifamilienverbände mal N gibt dann praktisch ein großes Damwildrudel. Und diese Verbreitung in der Landschaft ist ähnlich wie beim Rothirsch. Auch die Hirsche, die älteren Hirsche vor allen Dingen, stehen oft separat. Jüngere Hirsche oft auch in kleineren Gruppen separat. Manchmal sind jüngere Hirsche auch bei den Kalb des Alttieres dabei. Und im Grunde sind diese oder kommen die eigentlich nur in der Brunftzeit wirklich zusammen. Auch wenn die Hirschrudel auf den Kalb des Alttieres dann auch lose mal folgen und diesen assoziiert sind. Das Damwild ist auch bis heute noch mehr tagaktiv geblieben als das Rothirsch, als das Rotwild ist. Das mag verschiedene Gründe haben, ob das eine Verhaltensstruktur, ob das auch mit einer geringeren genetischen Anpassungsfähigkeit zu tun hat, die einfach diesen Rückzug auf die Wälder nicht so leicht ermöglicht hat wie dem Rothwild. Das kann man diskutieren, ist aber letztendlich eine offene Frage. Die Fortpflanzungszeit ist auch wiederum später als beim Rothwild. Die Brunftzeit beim Damwild ist der Oktober, November. Hier haben wir eben auch die Situation, dass wir ritualisierte Auseinandersetzungen zwischen den Hirschen haben. Keine Beschädigungskämpfe, ähnlich wie beim Rothwild auch. Sie sind sogar noch ritualisierter beim Damwild, hat er ein schaufelförmiges Geweih. Und dieses schaufelförmige Geweih ist eigentlich noch weniger als das Rothirsch-Geweih zu ernsten Auseinandersetzungen geeignet. Also ist eigentlich mehr tatsächlich auch Symbol oder Show als wirklich eine Waffe für Rangkämpfe. Das heißt, die Rangkämpfe sind auch noch deutlich mehr ritualisiert, als es beim Rothirsch der Fall ist. Beim Damwild ist es allerdings so, dass die weiblichen Individuen praktisch zu den Hirschen kommen. Während beim Rothwild, hatten wir ja gesagt, kommen praktisch die Hirsche dann zu den Kahlbildrudeln. Also im Rothwild ist es so, dass die Kahlbildrudel praktisch Offenflächen, also die Brunftplätze aufsuchen und die Hirsche dann, die älteren Hirsche sich vereinzeln und diese Kahlbildrudel dann aufsuchen. Beim Damwild ist es genau andersrum. Da suchen die Hirsche ihre traditionellen Brunftplätze aus und das Kahlbild kommt dann dorthin. Das heißt, wir sprechen hier auch von einem Phänomen, welches man in der Biologie als Arenabalz bezeichnet. Arenabalz, der Begriff kommt eigentlich von Vogelarten mit dem Birkuhn und bedeutet, dass praktisch die Hähne und in dem Falle die Hirsche sich einen überschaubaren Platz suchen, den Brunftplatz, der natürlich einfach aufgrund dieses Imponierverhaltens auch möglichst gut einsehbar sein soll. Deshalb auch die Brunft viel mehr tagsüber als beim Rothwild. Beim Rothwild sind es auch die Brunftrufe, die dort eine Rolle spielen viel mehr, wobei der Damwisch auch Brunftrufe hat, die allerdings deutlich monotoner als beim Rothwild sind, etwas höher im Ton sind und mehr wie eine Art Rülpsen sich darstellen. Also kein solches Schreien oder Brüllen, wie der Rothirsch das tut. Die Damwische graben sich dann sogenannte Brunftkugeln, das sind also Bodenvertiefungen. In diese Bodenvertiefungen setzt er sich dann rein, macht die auch entsprechend vom Geruch her attraktiv für sich und seinesgleichen. Also er uriniert da zum Beispiel rein, er nässt dort rein, wie der Jäger sagt. Das heißt, die schinken auch ganz gewaltig und in diesen Brunftkugeln sitzt er, bölkt dort sozusagen vor sich hin und wartet, dass das Kahlwild sich dort einfindet. Also das Brunftverhalten ist etwas anders als beim Rothirsch. Also eine Arenabalz kann man sich vom Damwild merken, die weiblichen Tiere kommen zu den Hirschen, beim Rothwild ist es andersrum. Und insgesamt gibt es auch keine Hybridbildungen zwischen Damwild und Rotwild, obwohl, nur mal nebenbei bemerkt, die Chromosomenzahlen hier zum Beispiel identisch sind. Also Rothirsch und Damwisch haben beide 68 Chromosomen, aber sie verpaaren sich eben nicht, so wie Rothirsch und Sickerwisch das tun. Das heißt also, hier scheint eine deutliche Art Barriere zu sein, deshalb am Damwild auch der Name Zervus Dama ganz klar steht für eine eigene Art. Die Tragezeit, die Schwangerschaftsdauer dauert etwa 33 Wochen beim Damwisch. Es werden dann typischerweise auch ein Kalb gesetzt, gelegentlich auch mal zwei Kälber im Mai, Juni. Es ist mit dem Aufzuchtverhalten ähnlich wie beim Rothirsch, das heißt, die Kälber werden dann durch die Mutter sehr intensiv und sehr lange betreut. Vielleicht nicht ganz so lange wie beim Rothirsch, aber doch auch schon lange und über das erste Lebensjahr hinaus. Und auch das Ablegeverhalten, das haben wir beim Rothirsch sehr intensiv erörtert, ist beim Damenhirsch ganz ähnlich den ersten Tagen nach der Geburt. Postpartum, also wird das Kalb in Deckung abgelegt, obwohl es der Mutter folgen könnte, beim Rothirsch ganz ähnlich. Und in den folgenden Wochen wird das Kalb dann viel häufiger auch in Deckungs-, in Offenlandstrukturen abgelegt. Zum Schluss noch eine kleine Besonderheit, das ist ganz interessant. Wir finden beim Darmwild den Impuls, diese Tiere zu domestizieren, was wir beim Rothirsch zum Beispiel nicht haben. In den vergangenen Jahren kann man zunehmend sogenannte Dampfierhaltung beobachten, oftmals auf Grenzertragsböden, die oft für andere Tierhaltung nicht so gut geeignet sind. In Deutschland vor allen Dingen zur Wildbrettgewinnung, obwohl es ja eigentlich dann kein Wildbrett mehr ist, sondern es sind ja dann eigentlich schon zumindest gezähmte Tiere. Das ist eigentlich ganz interessant insofern, als das Darmwild sich deutlich leichter zähmen und halten lässt als das Rotwild. Interessant ist, dass die Sikas in Irland auch durchaus in Farmen gehalten werden. Bei uns eben, wie gesagt, beschränkt sich das im Wesentlichen aufs Dammwild. Rotwild gilt als deutlich schwieriger zu halten. Und aufgrund dessen kann man auch sagen, das Dammwild befindet sich vielleicht in einem ganz, ganz frühen Stadium der Domestikation, was beim Rotwild definitiv nicht der Fall ist. Die Hinweise darauf sind ja der Eingriff, wir hatten es ja schon mal diskutiert an einer anderen Stelle, der Eingriff in das Fortpflanzungssystem. Das heißt also, es wird hier ganz gezielt schon gezüchtet, es werden also bestimmte Hirsche mit bestimmten Dammtieren gekreuzt. Und das sind dann so die allerersten Schritte in Bezug auf eine Domestikation, die sich dann auch in verschiedenen Merkmale, zum Beispiel der großen Farbvariabilität dieses Dammwildes auch äußern. Und es gibt auch Hinweise, dass diese Art der züchterischen Eingriffe schon seit mehreren Jahrhunderten, gerade auch in der Gehegehaltung, in den großen Tiergärten der Adelssitze eine Rolle gespielt hat. Sodass wir also in der freien Wildbahn auch heute sehr viele Farbvarianten finden. Also das normale, braune, mit weißen Flecken versehene Dammwild, das schwarze und das weiße Dammwild kommt durchaus in einer derselben Population, in einer derselben Vorkommen in hinreichender Zahl auch vor. Ja, das war's zum Dammwild und beim nächsten Mal geht's weiter. Das war's zum Dammwild. Vielen Dank.